Ladies in Germany, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer 5. Das ist wie Achterbahn, du brauchst einen Führerschein hier. Prominent getrennt. Was ist letzte Folge passiert? Naja, es gab auf jeden Fall die erste Rauswahl. Matze und Jenny sind raus. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, die einzigen mit einem richtigen Job, weil die anderen sind ja alle nur Reality-Stars. Gelernt haben die nichts. Und das sind die Worte von Matze, ja? Will ich euch nur noch mal kurz daran erinnern. So, morgen der hier, Junge. Ansonsten gab es einen fetten Streit zwischen Carina und Gustav, wo ihr auch sehr viel in den Kommentaren darüber diskutiert habt. Ich fand es auch krass. Aber meine ganze Meinung, in einer Stunde 20 habt ihr ja gesehen. Letztes Video. Wenn nicht, zieht es euch auf jeden Fall noch mal gerne rein. Das war echt super. Ansonsten, wer das ganze Video noch mal nachsehen will, tut das sehr gern auf RTL+. Hier zu abonnieren, absolutes Muss. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt rein ins Ding. Wir gehen stolz raus. Ich habe mein Gesicht hier nicht verloren. Aber das haben wir nur geschafft, weil das wir sind. Wir sind wirklich so. Matze war Anfang an immer so, ich habe mit ihm versucht, ein Gespräch zu führen. Und er hat einfach weggeguckt. So, wie respektlos ist das. Wie respektlos ist das? Mit armen Mäuschen, so weiß ich. Ich glaube, bei manchen Leuten ist es einfach so. Vielleicht ist nicht jeder Mensch gleich. Vielleicht meint er es aber auch respektlos. Keiner weiß. Außer Matze. Vielleicht hat er aber auch vorher mitbekommen, wie du Carina im Interview angeschrien hast und deine ganze Show. Und dann hat er sich gedacht, nur mit dem will ich einfach nichts zu tun haben. Könnte doch auch sein. Ciao. Es ist viel mehr wert, so real zu sein und echt zu sein. Und dafür werden wir gefeiert. Dafür wird Matze auf TikTok gefeiert, dafür werde ich auf Instagram gefeiert, weil wir heute so sind, wie wir sind. Die anderen ja nicht, ne? Also, Reality-Star, die stehen ja bekanntlich nicht dafür, so zu sein, wie sie sind. Das wissen wir. Schauspieler hingegen, die sind bekannt dafür, dass sie eben sind, wie sie sind. Vor allen Dingen in ihren Rollen, etc. pp. Also da nochmal wahre Worte von Jennifer. Feier ich. Die sind weg, Gott sei Dank, weil dieses falsche Grinsen von ihr, ich kann es nicht mehr sehen. Das haben aber auch vorher schon ein paar gesagt, ne? Also es ist irgendwie widersprüchlich. Sie sagt, ich bin voll real, die anderen so, äh, geht's? Vielleicht da nochmal die ein oder andere Reflexion bei dem einen oder anderen Kandidaten oder auch Ex-Kandidaten. Wie findest du vor allen Männern und von allen Frauen hier am Flissen? Ich schwöre, ich finde keine Frau hier drin, hübsch. Ich schwöre, ich finde keine Hübsch, ich stehe sowieso nur auf Männer. Achst du auch aus? Er ist genau wein. Ne, gar keine. Ne. Ja, was ist das? Ja, aber wenn du entscheiden müsstest so. Achso. Achso. Achso, auf jeden Fall Kate, Alter. Oh, ne, bitte nicht. Mein erster Gedanke, Kate sieht halt komplett anders aus wie Valentina Carina. Und warum ich die Valentina nenne, die heißt so bei Instagram Valentina Carina. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob es ihr zweiter Name ist oder was. Naja, das ist mein erster Gedanke, um Carina schön einen reinzudrücken. Und dann kam das ja doch irgendwie auch aus der Pistole geschossen, wenn es doch eigentlich wirklich gar keine gibt, die ihr da attraktiv findet. Und von den Männern? Von den Männern? Hm. Boah, ich muss schon, also ich muss schon sagen, ich bin schon ziemlich, also wenn ich mir die manchen angucke, ich bin schon weit oben. Keine Worte. Also du findest, du findest selber, dass du rübsch bist? Ja. Ich, wisst ihr, was mein Problem ist? Ich kann Menschen nicht mehr nur nach dem Aussehen beurteilen, wenn ich sie kennengelernt habe. Wir haben ja jetzt alle einen Eindruck von jedem, der dabei ist. Und dann kann ich wirklich nicht mehr sagen, ob ich die nur äußerlich schön finde oder nicht. Und bei Gustav kennt ihr wahrscheinlich alle die Antwort. Den schlagen sich bestimmt alle. Das wäre ja schlecht, wenn nicht, ne? Also ich bin schon. Ja, aber man kann das ja selber einschätzen so auch, weißt du? Also, sag mal, so von dem allgemeinen, von den ganzen Männern bin ich nicht der äußlichste. Jakob. Genau, was ich auch gedacht habe. Ich finde ganz ehrlich, wir sind hier alle hübsch. Ich finde, dass keiner dabei sagt, boah, nee, nee, nee. Und von den Männern hier? Nee, von den Männern, Julian auf keinen Fall, der ist unterirdisch, ich schwöre. Hehehehe. Ich meine, die aber auch ernst, ne? Ich finde, Julian ist auch wie ein Riesenbaby. Aber er hat so schöne Lippen. Der ist wirklich ein Riesenbaby einfach. Ah, der ist unterirdisch, der ist ein riesiger Vogel. Ich finde ihn nicht hässlich. Ich finde ihn hässlich, muss ich sagen. Ohne Scheiß, ich finde ihn echt hässlich, Alter. Ich glaube dem kein Wort. Der und Juliano sind doch so. Best Friends forever. Aber wen findet ihr denn geil? Schreibt mal in die Kommentare. Also geil, habe ich jetzt gerade gedacht, weil ich hier die nächste Szene, da ist Juliano mit seinem T-Shirt aus. Aber geil. Wen findet ihr am attraktivsten? Jetzt sagen wir mal rein äußerlich von den Männern als auch von den Frauen. Könnt ihr das noch bewerten? Wenn man da jetzt wirklich nur aufs Äußere guckt? Wenn ja, Hut ab. Ich kann das einfach nicht mehr. Und ich will hier auch keine Bewertung abgeben. Komm, lass mal überlegen. Wen gibt's denn da so? Also bei den Männern ganz klar Silvio, ganz klar. Und bei den Frauen, ach, die gefallen mir alle. Guck, da ist er. Ah, sieh aber geil. Ey, welchen Mann hier drin findest du so hübsch? Ich sag ehrlich, so der hübscheste hier drin. Ich sag ehrlich, wenn das ein bisschen größer wäre, würde ich sag Fabio. Mann, aber wieso kann er denn nicht klein auch der hübscheste sein? Das ist so fies. Und das einem Italiener wieder zu sagen, Giuliano, achte bitte, wie ein Elefant im Porzellanladen. Doch, so vom Ding vom Körper, so von der, das so dieses Südländische, so von den Haaren. Aber nicht vom Style. Hä? Aber nicht vom Style. Italiener sind alle klein, scheiße, ja. Italiener immer große Klappe, kleiner Schwanz, ne, sagt man so, oder? Mhm. Mhm, das sagt man so. Ich hab das noch nie gehört. Ihr? Hä? Was laberst du? Danke, Fabio. Also man sagt doch Italiener, warte mal, wie war der Spruch? Man sagt doch große Klappe, großer Schwanz. So ist der Spruch. Fratelli d'Italia, Italia sedesta. Ich glaub, er kannte ihn aus dem Italienischen Jakob, Jakob, Jakob und hat's einfach falsch übersetzt. Wir gucken jetzt da vorne, wir machen das super, jetzt find ich, wir sind echt auf einem, also wirklich ein super Weg gemeinsam. Wir haben daraus gelernt, aus dieser ganzen Miserie. Miserie. Hier ist auf jeden Fall auch wieder dieselbe Leier. Ja, ne, das redet er schon seit Tagen. Ist ja noch auf seinem Höhenflug, der Alte. Und ja, also Neues erzählt er uns da auch nicht, Steffi auch nicht. Und die sitzt auch wie immer nur da. Mhm. So, porca la miseria. Lass uns jetzt echt diesen guten Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, weiter. Es funktioniert doch super. Und es sind Gefühle da. Und wir können an einem Strang zusammenziehen, als Team funktionieren wir. Und es sind sogar noch, ja, viele, viele, mehr, mehr Gefühle da. So, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass die so stark für dich noch existieren würden. Krass. Und für ihn ihr wieder kein Wort? Das ist auch einfach eine Sache, die uns hier, denke ich mal, ein Stück weit wieder mehr zusammengebracht haben. Guck mal, kommen sogar die Schmetterlinge jetzt. Das ist ein Disney-Moment. Wenn die Schmetterlinge kommen, das wissen wir alle. Wir kämpfen um unsere Beziehung, um unsere Liebe und ja, machen das, glaube ich, ganz gut momentan. Ich frage mich halt immer noch, was ihre Meinung zu dem Ganzen ist, ne? Weil sie ist da reingekommen mit, ich bin durch mit dem. Ich bin sowas von durch mit dem. Genau. Genau. So, jetzt steht ein Spiel an. Jetzt spielen die Paare aber wieder untereinander. Denn es geht darum, wer wird sich safen für die nächste Nominierung. Schakalaka, motherfucker. Ich habe in jeder Challenge mein Bestes gegeben. Ich habe nicht aufgegeben. Aber trotzdem wird man unterschätzen. Tja, dick und lov. Alter, hast du nicht gesagt? Ja. Also Fabio hat es immer noch nicht begriffen. Die saßen noch da in dem Fragenhagel. Sie hat gesagt, sowas verletzt mich. Was macht er? Nächste Gelegenheit, um mir wieder so einen Kack-Spruch zu drücken. Fabio. Grüne Fahne. Äh, rot. Farbenblind bin ich noch nicht. Safen ist das Allerwichtigste. Silber würde dann auch mal so sehen, ach, scheiße, mit denen sollte ich mich jetzt vielleicht nicht anlegen. Ja, das wäre schön. Aber es kommt halt auch aufs Spiel an, ne? Immer wenn ich zum Spiel fahre, denke ich schon, bitte nicht der Seerosenteich. Und jedes Mal fahre ich der Land, dann ist er wieder da. Das ist wie ein schlechter Film. Wie ein Albtraum. Sie ist gefangen. Eure Aufgabe ist es, mit dem Ruderboot zwischen zwei Stationen hin und her zu rudern und dort jeweils Fragen zu beantworten. So, und eure Aufgabe heute hier ist es. Mit den Fahnen, das läuft nicht, ne? Die sind nicht gemacht fürs Reisen. Das ist ein Problem. Da muss ich mir... Ey, die ist gerissen auch. Ach, nee. Ach, nee, so. Abo bitte dalassen, danke. Ich bin traurig. Wie jeder falsche Antwort muss ihr jedoch einen Stöpsel in eurem Boot ziehen. Wir brauchen den richtigen Tag. Das ist wie beim Sex. Da müssen beide den richtigen Rhythmus haben. Wenn einer falsche Richtung macht, dann klappt das nicht. Komm, lass jetzt erst mal das Ding machen und dann reden wir über Sex. Ja? Ja, ist okay. Das ist das Kate-Lieblingsthema, ne? Bumsen. Aber ich dachte gerade über diese Theorie nach. Und es müssen doch beide... entgegengesetzt. Sonst funktioniert der ganze Bums doch nicht. Vielleicht ist das der Grund, warum es nie funktioniert hat. Merci für nix, wirklich. Danke für nix. Also habt ihr das Spiel verstanden, ne? Die sitzen da jetzt im Boot, müssen rudern von der einen Station zur nächsten. Da sind immer die Fragen. Und wenn sie eine Frage falsch beantworten, wird ein Stöpsel gezogen im Boot. Das Boot läuft langsam voll. Eigentlich ganz simpel. Wir müssen gleichzeitig auch hier jetzt. Oh! Oh! Oh, shit, sorry. Was machst du denn? Wo befindet sich an einem Boot? Das Backbord. Was ist Backbord? Back ist doch hinten, oder? Also da hat sie wirklich schlau gedacht, aber ich habe ja mal auf dem Schiff gearbeitet. Und ihr wisst, das erzähle ich euch sehr gern. Jedes Mal wieder. Also ich erwähne es nur. Erzählen tue ich euch davon nix. Aber ich habe es so gelernt. Steuerbord ist immer rechts. Also da, weil da das Steuer ist. Aber eigentlich... Jetzt überlege ich gerade. Ich war ja auf einem fetten Dampfer. Da hast du ja die Brücke oben. Da war das Steuerbord gar nicht rechts. Naja, ist ja auch egal. Da muss Backbord links sein. Sie ist beeindruckend reif. Das Backbord ist auf der linken Seite. Korrekt. Du bist so ein cooler Socke. Brava. 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 Ich glaube, Fabio kann da seinen Spruch nochmal revidieren. Es ist nicht dick und doof. Es ist absolut schlau und doof. Damit würde ich mich dann auch zufrieden geben. Brava. Sandra. Sandra. Ruhig. Ruhig jetzt. Ohne Scheiß. Guck mal, hier läuft alles rein. Du bist viel zu hektisch. Du bist doch nicht meine Schuld, dass es reingläuft. Doch, tu mir jetzt einfach eingefallen. Bitte kannst du einfach dein Paddel unten lassen. Mach ich doch. Ich rudere doch. Wir kommen doch vorher. Wir sinken rechts. Dann nimm einen Eimer. Ich verstehe das nicht. Ohne Scheiß, warum du so hyperaktiv bist. Ich sag nicht mal ein Wort. Das ist mir echt zu blöd langsam. Fahrt dich bitte runter. Ich finde es so geil, weil er ist doch voll auf 180 und Sandra ganz entspannt. Rudert da ihren Weg und er flippt völlig aus. Ah, so, siehst du, so, 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 lass mich jetzt doch, so und jetzt geradeaus. Du hast mir das schon achtmal in die Fresse geschlagen, das Ding. Tatsächlich, ich meine, Sandra eben auch, die hat sich ja wenigstens entschuldigt. Was ist ein Eichel-Heer? Weiß ich nicht. Eichel hat irgendwas mit Sch... Ich kenne nur Eichel vom Schwanz. Da macht er wieder seinen T-Shirt-Druck. Alle Ehren. Ja, keine Ahnung, was andere kenne ich nicht. Ich schwöre, ich kann mir ein Eichhörnchen vorstellen. Das ist eine Rasse, wo ein Eichhörnchen ist. Eine Eichhörnchen-Rasse! Nein. Kurva magst du. Ich weiß doch nicht. Kurva magst du. Also, ich kenne Eichel-Heer ihr nicht. Das ist doch, das weiß doch jedes Kind. Was ein Eichhörnchen-Heer ist. Ich wüsste sofort, Vogel. Bam. Das ist ein Vogel! Stimmt genau. Das ist ein Vogel! Siehst du's Brain! Du bist ein Schatz! Ich bin so schlau, Alter! Du bist so schlau, du bist so schlau! Saga! Mach rein, mach rein! Maschallah! Ich bin nicht dumm, Alter! Maschallah, ich bin nicht dumm, Alter. Ich liebe das einfach. Nee, hat dir auch keiner gesagt. Außerdem, super. Ich finde das wirklich toll. Vor allen Dingen, dass sich auf Fabio dann so freut. Also beide gemeinsam. Traumpaar. Traumexpaar. Entschuldigt. Ich bin kein Trottel. Ja, Mark Robin kann mal den Maul halten. Ich bin kein Trottel. Ohne Scheiß. Es ist sogar an Melissa rangekommen, dass Mark-Robin sagt, sie ist ein Trottel. Schauen wir mal ab, wie sich Mark-Robin später in diesem Spiel verhalten wird. Er hat einen sehr starken Charakter. Also wirklich Respekt davor. Du musst das weiter rausmachen. Hallo. Deins ist genauso weit. Nein, meinst du es genau an der Kante. Kannst du mal ganz kurz einmal, einmal einfach mal ruhig sein und einfach mal schauen, wie man das macht. Guck mal, halt das so. Die war schon fast da dran. Er wackelt weiter rum, sie wieder weg von den Fragen. Halt du doch einfach mal kurz den Mund. Und mach es so wie Sandra, weil sie macht es doch sehr gut. Vor allen Dingen bewahrt sie die Ruhe. Ich glaube, das ist der Key für so ein Spiel. Ich mach es genau wie du. Du machst das nicht so. Halt das doch einfach so. Mach, du, tu das raus. Guck mal, das ist einfach nur eine einfache Schiebe. Es geht nicht weiter raus, guck doch. Ja, genau, und ihr guckt es einfach nur eine einfache Schiebe. Ja, genau, das mache ich. Checkst du es nicht. Wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Also ich verstehe ein bisschen, was Giuliano sagen will. Aber wie er es sagt, ist total unverständlich. Kein Wunder, dass Sandra nicht checkt, was der will. Das ist einfach wie bei uns in der Beziehung, wenn wir so miteinander reden. Ich bin immer so und sie ist einfach immer so. Ich sage da einfach nur, ja. Und da geht es so voll an die Decke. Und ich denke mir so, warum, was ist jetzt der Grund? Ja, okay. Ja, schade. Ihr werdet doch auch ein Traumpaar. Ich verstehe nicht, warum du dich so anschließt und so dumm bist du. Du musst auch klingst so gut an. Alter, ich ruhe da ganz normal. Aber wie, guck mal. Wir sind doch ganz normal im guten Tempo. Nervt doch jetzt nicht. Oh, du scheiß. Ihr seid ganz normal im guten Tango. Nervt doch jetzt nicht. Was ist keine Textstellung? Tange. Die Bootsfahrt. Fabio, das ist doch keine Bootsfahrt. Das ist die Bootsfahrt. Das Mofa. Okay. Da konnte auch Fabio ein bisschen glänzen mit seinem Know-how. Ja. Komm, ich liebe Sex. Ja, ey. Das weißt du. Ja. Voll unzufrieden mit unserer Leistung. Trotzdem kannst du mir auch hochhelfen. Ich war im Sumpf, weißt du, wie es gestunken hat? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich war voll in meinen Aggressionen drin. Ich musste mich unter Kontrolle halten. Ich war richtig, richtig, richtig genervt. Schau, Mann. Auf jeden Fall. Der hat es voll mitbekommen. Der hat es dir sogar noch angeguckt und gesagt, tja, so dumm bist du. Fällst jetzt noch in den Sumpf. Naja, die sind auf jeden Fall jetzt schon mal raus mit dem Spiel. Wir wissen natürlich nicht, wie gut die abgeschnitten haben oder wie schlecht. Das werden wir später erfahren. Warum kriegen wir das in der Challenge heute so gut hin? Aber warum kriegen wir unsere Beziehungen? Warum haben wir es nicht auf die Ketten gekriegt? Ich frage mir das auch. Aber wir haben es geschafft. Oh Mann, da flackert eine Liebe wieder auf. Kann das sein? Guck mal. Bist du stolz auf mich? Guck mal, siehst du die Kasten? Bist du stolz auf mich? Und wie? Nee, sie versteht es nicht halt. Krass. Süß. Die haben sich ein bisschen süß noch angeguckt. So, und jetzt nochmal hier zur Miesmuschel, die anscheinend nicht verlieren kann. Ich habe so Schiss, dass der Fettsack das gewinnt. Nein, weil das ist zu schwer, wenn Wasser reinläuft. Die gehen direkt unter. Die kippen auch, weil sie wiegt 40 Kilo, er wiegt 100. Guck mal, er ist wirklich das Einzige, was ihn da anspornt, ist, dass er besser als Silver ist. Und das ist doch auch Quatsch. Also, ich meine, ihr habt ja gesehen, wie gut es so funktioniert mit der Motivation im Hintergrund. Gar nicht. Er macht Panik, beleidigt Sandra, sie ist so dumm, sie ist so dumm, also weiß ich nicht. Jetzt geht das Bibbern bei dem wieder los, jetzt kriegen sie Angst. Wir schlottern die Knie so, weiß ich. Weil sie wissen, dass wir doch wieder punkten können. Ja, hat er recht, ne? Everything is possible, meine Fresse, Junge. Ja, dann zeig mal, was du kannst später. Mein größter Konkurrent, der sich ja langsam als Oberniete, Oberlosche hier rauskristallisiert, unser Freund Giuliano. Zweimal gegen mich, aber komplett gelust oder abgelust. Wieso sagt er die ganze Zeit, das ist sein größter Konkurrent? Das verstehe ich bis heute nicht. Also für ihn wird es dann langsam peinlich, also wirklich peinlich, weil so eine große Klappe... Na, ich glaube, der Fetzer Kult ist, bin ich ehrlich. Wenn wir dann zweiter Platz wieder sind, hinter dem, boah, dann bin ich richtig sauer. Ich meine, der könnte mein Sohn sein, ja, er ist 23, ich bin 43. Aber guck mal, das sagt doch schon alles. Wie kannst du jemanden, der 20 Jahre jünger ist als du, als deinen größten Konkurrenten ansehen? Er sieht ihn ja so an. Da stimmt doch schon was nicht. Müsste das nicht wenigstens auf Augenhöhe sein? Also jetzt allein aus Silvas Perspektive. Du würdest gern da sein, wo der Papa ist, ja, du hättest gern diese Karriere, die der Papa gemacht hat, ne, aber jung, da gehört mehr zu als große Klappe, weil da musst du echt mal irgendwann anfangen zu liefern. Gut, aber da gehört auch erst mal zu, dass er überhaupt weiß, wer du bist. Er ist 23, wie gesagt. Ich glaube, der hat keinen blassen Schimmer, wie relativ viele Menschen, die sich dieses Format ansehen. Du brauchst eine Kopfbedeckung, Schatz, wenn du dir nicht zu viel mit dieser Sonne, äh... Ja. Du kriegst noch einen Sonnenstich und bist schlapp, deswegen, äh, jetzt musst du dich schonen, weil jetzt haben wir eine Chance. Ja, oben ohne, gar kein Problem, ne, ohne Kopfbedeckung. Sie eigentlich komplett in voller Mantur, macht da nur ein bisschen Stretching. Sie sollte sich doch hier bitte mal eine Kopfbedeckung anziehen. Ich hab 100% von dem Wasser irgendwelche Wasserflöhe jetzt an der Moschee. So, meine Mumu hat grad so geschlossen und zugeschlossen. Ich schwör's dir, mir juckt so unten rum. Diese Seerosen reinigen das Wasser von selber. Aber mir juckt's unten rum, seitdem ich im Wasser war. Wir machen da Photosynthese und so. Ja, aber nicht, dass da irgendwie so kleine... Wie heißen diese Teile? Irgendwas mit A am... Ich hab da auch nix am Hohen. Am... Möbien? Wie heißen diese Larven? Ja, Amphibien drin sind. Nee, glaub ich nicht. Geiles Gespräch. Danke dafür. Das ist das harte Reality-TV-Lebens, oder? So, jetzt machen sich aber auch die Nächsten ready für die Challenge. Nur die, Alter. Was denn? Das stinkt die Übel, Alter. Guck mal, Nico redet auch in einem ganz bestimmten Ton mit der. Haben wir das jemals gesehen? Nee. Alter. Let's gucken. Was hat der Arm kalt gemacht? Nichts hab ich so gemacht. Echt? Ja. Okay. Florian so, okay. Willst du mich zurück? Willst du mich wirklich zurück? Wir sind Spitzenreiter hier und wir werden den Kampf annehmen. Also dieses Spitzenreiter geht mir so auf den Sack. Du mein Gefühl, hier hab ich ein gutes Gefühl. Ich hab auch ein gutes Gefühl. Weil als Team funktionieren wir geil. Ja, aber... Andere auch. Ja. Aber wir auch. Wieso denkt ihr das eigentlich? Wir gucken aber direkt jetzt rein bei Silva und Steffi. Warum sind die Stöpsel? Ja, weil ich die berührt hab. Es fängt schon mal gut an. Er schwingt sich ins Boot und reißt alle Stöpsel raus. Super. Everything is possible. Meine Fresse, Junge. Okay. Komm. Aua. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Alter, meine Beine tun mir weh. Das Ding ist hier zu lang, Mann. Tut mir leid. Es ist doch bei mir genauso lang. Ja, aber ich hab doch höhere Beine vielleicht. Ich hab höhere Beine. Wusstest du es nicht? Also, was mir hier schon auffällt, ne? Die Frauen sind generell irgendwie entspannter in diesen Challenges als die Männer. Die schieben direkt Panik. Ich sag, es ging. Ich konnte nichts machen. Ich war wie gefangen. Warum bin ich stärker als du? Bist du gar nicht. Natürlich. Hopp. Was heißt denn hier Hopp, Hase? Dann mach du halt. Hase? Nö. Hast du mich gerade Hase genannt? Ja, ich kann dich auch Ziege nennen, wenn du das lieber isst. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Also, entweder Hase, ein Wort, das man eher nicht benutzen sollte. Oder Ziege, eine Beleidigung. Kannst du dir aussuchen. Vielleicht nennst du sie einfach Michelle. Wie wär's denn damit? Aua. Hey. Hey. Guck mal, dreh mal auf das Boot jetzt und hör auf, du bist ins Gesicht zu schlagen. Hallo? Florian, ganz entspannt. Die hätte auch sofort ausrasten können. Direkt Schwinger nach Japan. Hinten. Jetzt natürlich auch kriegen die die Frage. Steuerbord? Nee. Backbord. Wo ist das? Mark-Robin. Hinten. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass er Malisa als Trottel bezeichnet hat. Okay, weiterkommen. Boah, Mark Robbins. Ja, es war 50-50, sorry. 50-50. Vorne oder hinten? Nee. Eigentlich nicht. Links oder rechts. Aber gut. Ja, das war auch so ein Ding, Mark Robbins. Ja, aber guck mal, du hast... Guck mal, ich hab gefragt, was ist Backbord und du so... So, und ich wusste genau, es gibt Backbord... Natürlich weiß ich, was Backbord ist. Ja, eben. Sie weiß es ganz genau. Hättest du sie mal gefragt, hätte sie geantwortet, hättet ihr den Punkt bekommen. Stöpsel raus und weiter. Ein doch nur! Die haben auch falsch beantwortet. Und jetzt haben die zwei Stöpsel gezogen und beide auch weggeworfen. Ich hab doch einen! Heute hast du beide gemacht? Ich hab einen gezeigt! Ach, meine Güte. Du hast ja eins losgemacht. Mit deinen Füßen. Ach, Nico, reiß die einfach raus mit den Füßen. Schön. Auch gut. Verstehst du das? Nicola! Was denn? Ich muss Paderlager. Du machst mit deinen Füßen hier alles Dinger weg. Du machst hier alle Dinger weg. Ja, aber guck mal, wie ich der... Ich bin hier los, nur Motzen und die ganze Zeit. Mach doch mal kurz hier den Dings hier rein. Oh, nicht wahr. Das Wasser läuft doch rein. Setz dich mal weiter rein. Meine Fresse, Alter! Ich verstehe Aggression in diesem Moment total, weil er es wirklich überhaupt nicht checkt. Also, reiß doch bitte nicht die Stöpsel da raus. Alter, was du machen kannst, ist schon mal das Wasser wenigstens raus oder wenigstens einfach so mit der Hand paddeln, wie das Nico auch gemacht hat. Da kommt ihr voran oder tauscht die Seiten. Wisst ihr? Dann muss er nicht mit dem Arm paddeln, der beschädigt ist. Das ist so. Okay, komm. Kannst dich ändern. Du was? Ja, ich kann nicht alles. Natürlich war ich eingeschränkt. Was ist das für eine dumme Frage? Also, dass der jetzt so tut, ne? Eben hatte der da noch so eine große Fresse. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich kann meinen Arm nicht beugen. Jetzt, jetzt. So, es tut weh. Es geht nicht. Ja, okay. Scheiße. Okay. Ist so. Also, für ihn wird es dann langsam peinlich, ne? Also, wirklich peinlich, weil so eine große Klappe müssen wir jetzt so mitleben. Ja. Ich bin hier gezeichnet mit Wunden überall an den Beinen. Die sind offen, noch die Schmerzen. So, und dann soll ich jetzt noch Wettkampfrennen machen. Kannst du nicht mehr. Also, ich sag mal, everything is possible. Meine Fresse, ey. Welcher Buchstabe ist genau mittig zwischen M und W? N, ne? M. L und N? Warte, M. W. L. W. B. B. Gustav hat die Frage bis heute nicht verstanden. M. M. O. P. Q. V. R. S. T. V. W. Nee. Komm, du kannst doch das ABC. Ja, klar kann ich das. Ja, dann mach. Nein. Ich glaube, er kann es nicht. Mach jetzt. Nein. Jetzt glaub jeder, dass du es nicht kannst. Ja, ist okay. Soll jeder glauben. Mich unterschätzen. Mach doch mal. Nein. Ich will es jetzt auch wissen. Kannst du nicht? Ja, nee, will ich jetzt nicht. A. B. Wenn er es wirklich nicht kannte Arme. L. M. M. N. O. Warte. N. O. P. Q. Ich würde R nehmen. R oder S. Ich würde R. 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 Richtig. Du bist eine Maschine. Brain. Und du bist auch da. Wer mir gut gefallen hat, ist. Wer kam von der Seite ganz geschmeidig. Äh, das war es. Das war es. Du kannst nicht mehr. Ich habe einfach zu viel Fehler gelassen. Ich habe einfach zu viel Fehler gelassen. Also jetzt hör bitte auf zu heulen, ey. Hey. 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 Ich bin mal los. Komm raus. Komm raus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin mal. Der gibt einfach auf. Ganz ehrlich, was haben wir anderes erwartet? Ich glaube, dass der die eine Challenge da gewonnen hat mit Steffi. Das war ein Versehen. Und jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Kann nur Freitag sein. Freitag! Ja, dann habe ich nicht gerafft, sorry. Ja, weil vielleicht ein bisschen Trottel. Kann sein. Was muss ich tun, damit du mir verzeihst? Hä? Wenn morgen Heiligabend ist, welcher Woche... Achso! Der zweite Weihnachtsfeuertag! Lass mich mal so stehen. Aber dann ja trotzdem Freitag, Alter! Dieses, äh, na gut, äh, das ist echt immer wieder redet, ne? Also, ein bisschen mehr Übertreiber-Modus geht nicht. Hallo? Hallo, du bist nicht drauf, Bruder! Was ist los mit dir? Hau auf, mir anzuschauen! Ja, dann sei nicht so dumm und guck ein bisschen! Sei nicht wie ein Fohlen! Sei nicht wie ein Fohlen? Hab ich auch noch nie gehört. Geh doch mal weiter rüber zu Ihnen, Alter! Sitzt doch gleich auf meinen Schoß! Und guck mal, da läuft es wieder raus! Wo mach ich immer rein? Guck mal, darfst du nicht hier reinpaddeln! Hallo, du bist nicht drauf! Meine Fresse, Alter! Nein, 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 nein! Fass mal, sag ich dir das! Halt! Fass die Klappe, Mann! Okay, egal, du, pff, das sind 100.000 Euro, du bist der denn! Wir sind bei Nation Nominion raus! Dann mach, was du willst, ganz ehrlich, dann geh ich vom Boot runter, hab keinen Bock mehr! Oh, raus! Die geht jetzt halt wirklich raus, ne? Und ich muss wirklich da mal sagen, wäre ich in dieser Situation und mein Partner, mit dem ich da gerade spiele, ja, kickt ständig da diese Dinger raus, paddelt das Wasser ins Boot und ich sag ihm das 50 Mal und er macht's einfach nicht, hört mir einfach nicht zu, als würde ich da mit einer Wand reden. Ach, mein Leben! Wie wird das auch auf die Palma bringen, ganz ehrlich? Da muss man aber vielleicht einfach ein bisschen mehr Verständnis für ihn dann aufbringen in dem Moment, keine Ahnung, aber es ist halt auch, man will gewinnen, ne? Ich bin ja nicht sauer jetzt. Nein, ich bin nicht sauer, ich sag einfach nichts mehr. Dass sie jetzt einfach gar nichts mehr sagt, ist vielleicht auch mal ein Weg. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Wenigstens nicht, dass sie sich da anschreien und so, alles ist besser als das. Du kannst ein verletztes Pferd oder so, kannst du nicht mehr auf die Rennbahn schicken und galoppieren. Ja, mit dem Ding hier? Wie soll ich da paddeln? Ne. Das hat was mit Kampfgeist zu tun selber. Everything is possible, meine Fresse, Junge! Was soll ich da, was soll ich da machen? Ja, aber mit rechts. Ach. Eben. Ach, ne. Ja, ja, wir sind halt schön bahn gegangen. Ruhe! Ruhe! Gibt's keiner hier in Wort! Ist scheiße gelaufen und fertig. Ey, das war's. Ich bin auch echt kampfesmüde jetzt. Ich bin wirklich gezeichnet und kampfesmüde. Aber er ist schon so in diesem Aufgeben-Modus. Ich kann nicht mehr aufgeben, ich kann nicht mehr kämpfen. Guck mal, ich bin gezeichnet. Dieses gezeichnet. Ich werde auch nicht mehr großartig punkten können mit den Wunden. Auf einmal kann er nicht mehr großartig punkten mit den Wunden. Vor dem Wettkampf hatte er noch das größte Maul der Welt. Ja, hat sich über Giuliano lustig gemacht. Und jetzt rudert er so zurück. Und das merkt er nicht mal, ne? Wie geht so was? Ich bin einfach ehrlich. Ach, und du hast nicht geschrien. Du hast mehr geschrien. Du hast die Stütze rausgemacht. Ich versuch seit gestern gut zu dir zu sein, aber du ziegst die ganze Zeit drüber. Ich hab gar nichts gezogen. Das merkst du gar nicht. Na gut, ihn jetzt so zu ignorieren und so, ihm nicht zu sagen, was ist, weiß ich nicht. Zu sagen, ich war jetzt so cool seit gestern zu dir und dann war die Challenge und sie hat ihn angeschrien, weil er sich jetzt auch nicht. Hm? Ja, bitte. Was? Okay, sorry. Ja gut, also was soll das auch, dass sie den da jetzt so angrapscht? Und, ähm, nee. Du musst seine Grenzen halt auch respektieren, dass er da keine Böcke drauf hat. Ich hätte mir halt gewünscht, dass du... Du kannst auch nicht einmal zuhören, wenn ich was sag, weißt du, das bringt doch gar nichts. Hä? Was hab ich gemacht? Ist doch egal, ich will einfach nichts sagen, egal. Hm. Warum redest du nicht mit mir jetzt? Ich will jetzt grad nicht reden. Ja, du guckst mir meine Augen, sei mal ehrlich. Ich kann nicht mehr in deine Augen gucken. Okay. Ist jetzt auch wieder eine ganz neue Seite von Gloria, aber ich kann nicht mehr in deine Augen gucken. Also, was hat er denn gemacht? Es ist schon hart. Es ist schon hart, aber ich verstehe sie auch, dass sie das Gefühl hat, egal was sie sagt, es kommt ja sowieso nicht an. So, diese Bootsituation war ja ein super Beispiel. Wupp! What the fuck? Und jetzt sitzt sie da und weint, und was sagt er? What the fuck? Hm. Ist auch okay. Alles klar. Ich werde mich nicht rechtfertigen. Ohne Spaß, das nervt mich so sehr, wirklich. Das ist so null, Katastrophe, wirklich. Aber ihr seid ja auch getrennt, also ist doch alles gut. Einfach nur da sein und irgendwie kuscheln und Liebe haben und Liebe geben. Ich will ja nichts Böses. Ich will ja eben nichts Schlechtes. Ich verstehe es nicht mal. Ist mal. Ist mal jetzt. Ist manchmal kompliziert alles. Da hat Gustav recht. Da hat er recht. Und wenn sie nicht reden will, dann muss er das halt jetzt einfach auch mal akzeptieren. So, jetzt kommt die große Auflösung. Wer hat denn heute hier gewonnen? Liebe Ex-Paare, ihr musstet euch alle beim Spiel Leck nicht beweisen. So, mit einer richtigen Antwort auf Platz 7 Kate und Jakob. Auch mit einer richtigen Antwort auf Platz 6 Stephanie und Silva. Also Steffi kann wenigstens drüber lachen. Sandra und Giuliano und Malisa und Fabio, ihr habt beide jeweils neun richtige Antworten gegeben. Ich würde mir jetzt schon ein bisschen wünschen, dass Fabio und Malisa gewinnen. Also natürlich. Sandra gönne ich es auch zu 100 Prozent. Und Giuliano natürlich auch. Aber der war so ne Miesmusch. Und wir waren so schlecht. Und Fabio und Malisa waren voll positiv. Und richtig gut gestimmt. Und deswegen würde ich es denen jetzt folgern. Dafür erstmal Applaus. Der Silva, der klatscht nicht. Für seinen Erzfeind klatscht der doch nicht. In kürzerer Zeit wurde jetzt entschieden, sicher vor der nächsten Nominierung sind... Andra und Giuliano. Andra und Giuliano. Ich glaube, da habe ich das S weggeschnitten. Ja. So sieht's aus. Freue ich mich für die beiden. Das muss doch auch realistisch sein. Die sind alle 23 Jahre, 24 Jahre jung. Und jetzt, wo das absolute Top-Team so verletzt ist, da sind sie alle hochmotiviert. Weil jetzt haben sie nicht Chance. Das labert der absolutes Top-Team. Und jetzt sind die erst motiviert. Das ist doch so ein Bullshit. Und auch Steffi sitzt doch hundertpro daneben und denkt sich, was redest du denn da? Jetzt sind sie ebenbürtig, sag ich mal. Wenn ich sozusagen verletzt bin so. Mhm. Mhm. Jetzt haben sie ihre Chance. Die werden sie jetzt nutzen. Und die werden ganz klar uns auch dann rauswählen. Weil wenn wir wieder genesen sind und ich erstarkt bin in zwei, drei Tagen, dann ist uns der Sieg hier nicht mehr zu nehmen. Und das wissen sie. Halleluja. Das wissen die. Das wissen die überhaupt nicht. Das ist denen scheißegal. Die finden, also ich glaube, Steffi sehr sympathisch. Dich absolut unsympathisch. Du tust da nichts fürs Team. Du bist respektlos. Ich erinnere euch nur an die Sache mit Lalalalalalala. Ich hatte so lange Ohrwummen davon zum Kotzen. Und das ist der Grund, warum die dich wahrscheinlich rauswählen. Nicht, weil die denken, du bist so ein starker Konkurrent. Nee. Niko, kannst du mich abnehmen bitte? Nur wenn er mich küsst. Okay. Jetzt ja. Jetzt geht's. Jetzt hast du Kraft, ne? Was? Was soll das? Warum will Niko das? Steht ja auf Malisa, oder was? Hat Malisa dir grad nen Kuss gegeben? Ja, ne Bock. Du weißt, dass wenn Gloria das mit Brunnen trägt die aus. Hm. Ich finde die Frage ist falsch gestellt. Ich würde sagen, hast du gerade Malisa darum gebeten, dich zu küssen, sonst hättest du ihr die Teller nicht abgenommen? Hast du sie quasi erpresst? So hätte ich's gefragt. Ich hab gerade Spaß gemacht. Was für Spaß? Ich hab gerade Spaß gemacht mit Malisa. Was? Hab ich gesagt, das war dann der riesige Teller, weil ich nehme den Teller nur, wenn ich in der Barke zu Fuß kriege. Hab ich gesagt, ich hab Spaß gemacht. Weil ich mir in der Barke habe. Ich hab Spaß gemacht, nur weil ich in der Barke, dass ich mich küsst. Hast du's wirklich gemacht? Hey, wieso? Hey, das war Spaß. Hm. Komische Situation. Komische Situation. Natürlich ist er ein freier Mann. Er kann da machen, was er will. Aber ... Also die Frage ist einfach, muss es sein? Muss das wirklich sein? Wieso? Lass mich in Ruhe. Das ist doch Spaß, Mann. Hallo. Ich hab mich dran gedacht. Das ist doch Spaß, Alter. Was? Was? Was passiert? Jetzt gibt's richtig Krieg gerade. Oh. Was für Krieg, Alter? Das ist ja schon egal. Mann, Nico hat doch Spaß gesagt. Ich nehm die Teller nur entgegen, weil du mir einen Kuss gibst. Alle Mädels sagen, ich bin so ein Man-Eater. Wo ich immer sage, nee, ich bin einfach nur ein viel lockererer Typ Mensch. Und das mögen Männer halt an mir. Und die Frauen sind halt immer schnell eifersüchtig. Ich bin halt anders als die anderen. Ganz kurz, ne? Ganz kurz hab ich kurz das hier gedacht. Hätte ich ja nicht gedacht, dass die noch mal zum Vorschein kommt, die Fahne. Hast du ihm einen Kuss hier? Nein, die Bache. Ich hab jetzt zum Spaß in die Wange gesucht. Ach, die Wange. Ich finde, das ist gar nicht schlimm. Klasse. Vor allem, du bist doch eh Single. Es stimmt schon, ne? Aber ... Naja. Alter, warum muss ich dir ihm jetzt einen Backenkuss geben, wegen Teller geben? Was ist das? Ich find's aber auch, ehrlich gesagt, ich find's cool von ihm, dass er direkt zu dir gekommen ist und dir das gesagt hat. Wer der gewusst hat, dass du sowieso direkt mir sagst. Und dann wollte er halt der Erste sein. Stimmt. Das ist schon so ne kleine Vorstufe zu flirten. Nein. Das ist schon ... Nein. M-m. Malisa macht das mit jedem. Malisa hat doch gar nichts gemacht. Er hat sie gefragt erstens. Und zweitens, wenn sie dazu empfindet, dass das eine Vorstufe von Flirten ist, dann ist es so. Ich find's auch schon flirtig. Ich glaub, sie ist an sich so der Tachi-Tachi-Mensch. Weil sie macht das ja auch ab und zu bei Makroppien, hab ich auch schon gesehen. M-m. Aber sie hat einfach halt nichts gemacht. Ich bin halt ein sehr offener, flirtiver Mensch einfach. Flirativ? Hab ich auch noch nie gehört. Mag ich mir ja. Der auch gerne so neckt und ich weiß auch, dass es gut bei Männern ankommt. Sorry! Hallo, ich war der liebe Mensch. Danke. Ja, ist so. Du kennst Nico. Ihr tut euch gegenseitig immer provozieren. Und er versucht, dich halt zu provozieren. Glaubst du, das macht er aus Provokation? Ja, natürlich macht er das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das aus Provokation macht. Sondern er macht das einfach, weil das sie vielleicht auch toll findet. Ich finde das so krass, dass Michelle sagt, du kennst Nico. Ihr provoziert euch immer gegenseitig. Blablabla. Haben wir noch nie mitbekommen, dass Nico irgendwas macht, um Gloria zu provozieren. Bei Gloria weiß ich jetzt auch nicht. Aber ihn schätzt man ja überhaupt nicht so ein, ne? Anscheinend ist das so ein Ding bei denen. Ich muss ehrlich sagen, als er das gemacht hat, hab ich auch gedacht, was ist sein Motiv? Steht der auf Malisa? Oder... Also... Ne? Warum macht man das? Ähm... Wieder eine neue Information von Michelle, die wir ja sonst nicht bekommen. Aber sie ist eine sehr gute Freundin von Gloria. Sie weiß, wie diese Beziehung funktioniert, wie sie läuft. Und sie schätzt es so ein, als wäre es eine reine Provokation. Gloria jetzt nicht. Ne? Aber... Ich find's interessant. Gloria. Ich geb dir einen Tipp für dich. Wenn du irgendwas anzusprechen hast, dann mach es. Und hör auf, was in dich reinzufressen. Weil genauso verursachst du den ganzen Stress. Period. Michelle hat aber auch Weisheiten, ne? Ich glaub, die als Freundin, das ist schon... Das ist schon eine sehr gute Sache. Auch als Feste. Ich mein, äh... Das geht jetzt an Marc minus Robin. Der hat's ja leider nicht zu schätzen gewusst. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn... Niko und Malise, dass sich... Ein minimal näher kommt, dass Gloria hochgeht wie noch was. Aber... Die kommen sich da gerade minimal näher, ne? Die sitzen da auf dem Sofa zusammen und quatschen ein bisschen. Bis jetzt hat da Gloria noch gar nichts gesagt. Hast du irgendeinen Fehler, auf was du stehst bei Frauen? Arsch. Ja? Ähm... Ich steh drauf, wenn sie mich gut behandeln. Total. Ja. Ach, das ist so auf Arsch? Ja. Klein oder groß? Alles. Wie alles? Hauptsache Arsch. Hauptsache, da ne Backe, da ne Backe. Und dann geht's weiter. Klatsch! Ist egal. Aber tatsächlich groß. Mehr groß? Nicht groß. Groß so... Aber so groß, ja. Weil Lisa so... Wen hol ich mir? Ja. Jetzt gibt's hier was Neues. Also, ganz kurz. Findet ihr das in Ordnung, dass die da so Fragen stellt? Mit Fetisch und so? Warum denn nicht? Die können ja machen, was sie wollen. Juckt mich gar nicht. Ich bin da voll cool mit. Aber, hier gibt's jetzt eine Situation. Juliane und Sandra sind ja jetzt quasi die Könige des Hauses. Ja, haben Salva abgelöst. Also nicht Salva und Steffi, sondern Salva. Alleine. Weil er ist ja der König des Hauses. Und es gibt jetzt wieder hier so eine Art von, die müssen zwei Teams bilden. Dann Beträge verteilen. Aber das machen die gleich gemeinsam. Mit allen. Also es wird auch besprochen. Und diese Teams müssen dann wieder die Kohle verteidigen. Also diese 100.000 Euro sind's ja schon gar nicht mehr. Aber wird gleich noch genauer erklärt. Sandra und Giuliano. Eure Gewinnensimmer liegt aktuell bei 71.900 Euro. Da haben wir einmal die wunderbare Michelle. Dann haben wir natürlich unseren Ex-Fußball-Profi Jakob Jarecki. Molliger! Der alte Mann. Dann sie, Gloria, Stefanie. Wie ist Team B? Stückt. Da haben wir einmal mal grobbeln. Super Ehrgeiz, sehr sportlich. Kate, ähm, hat Höhenangst und Wasserangst. Gustav und Nicola schätzt beide als sportliche Typen ein, die gewinnen wollen. Fabio, super sportlich. Und Carina auch. Ja. Da habt ihr schon mal die Teams mitbekommen. Es spielen sechs von euch als Team und verteidigen 19.000 Euro. Insgesamt stehen dann mit beiden Teams zusammen 38.000 Euro auf dem Spiel. Kaputtan ist das viel Geld. 40.000 Euro. Das heißt, wenn das alles weg ist und noch 30 Kampot. Das ist echt krass. Und das war ja auch nicht das letzte Spiel. RTL so, pfff. Wir locken die mit den 100.000 Euro Gewinn. Und dann machen wir einfach alle Spiele. Die machen wir so, dass sie die eigentlich immer verlieren. Und dann läuft das Ding. Mein RTL! Jetzt spielen sechs von euch im Team. Also eine nicht. Einer spielt nicht. Ach so, ja okay. Also ich kann natürlich taktisch mithelfen, strategisch und Kopfarbeit. Aber körperlich kann ich dann wirklich... Ich bin total gehandicapt. Ich bin total gehandicapt deswegen, ne? Also... Er nervt. Wegen so ein paar Schürfungen von Handicap zu sprechen. Also ich habe schon mal in drei gerissenen Bändern gespielt. Noch ein Spiel. Ja Jakob, du. Du bist aber auch nicht der Mann des Hauses. Du bist nicht König des Landes. Du bist nicht er. Er kann es halt nicht. Er hat jetzt eine Schürfwunde. Er ist gezeichnet. Ja? Er ist verletzt. Er kann den Arm nicht mehr bewegen. Deswegen. Halt dich da bitte zurück. Wollen wir uns erstmal darauf einigen, dass wir als siebte Person dich so nehmen? Ja, ja. Du bist froh auch. Ist doch klar. Ist doch klar. Giuliano, hallo. Hast du mir nicht zugehört? Ich finde das war cool von Giuliano. Der könnte auch irgendwen anders nehmen. Und dann einfach nochmal, dass Silber da richtig aufläuft. Aber er denkt ans Team und sagt, ne. Der alte Mann, der wird die siebte Person, die nicht mitspielt. Am Anfang hat es Silberich Gas gegeben. Aber ich finde so seit dem Spiel, wo man es hätte safen können mit dem Paddeln, geht es immer weiter zurück. Immer weiter zurück. Aber ich weiß nicht wirklich warum. Weil bei Steffi ist es nicht so. Hörst du nicht zu? Er ist gezeichnet. Der Arm. Also ich schwimme. Ich habe, ich kann Höhe. Naja, ich würde ihr die siebeneinhalb tatsächlich auch geben. Der Druck ist da. Also wenn man das nimmt, dann muss man schon, ne. Ich würde, also würdet ihr Steffi siebeneinhalbtausend geben. Das ist jetzt der höchste Betrag. Weiß ich nicht. Also ich würde mir den selber zum Beispiel niemals zutrauen. Niemals. Niemals. Gib mir die 500 Euro. Ich bin fein. Ich bin ehrlich. Ich bin wirklich Allgemeinwissen so richtig gut. Sie hat vielleicht eine gewisse Allgemeinbildung. Aber ich glaube, das sind auch teilweise irgendwelche Fakten, die die von irgendeiner App auf dem Handy abgelesen hat. Ist doch egal. Allgemeinbildung, wo sie, wo der. Fazit hat. Wo du sie herkriegst, auch scheißegal. Hauptsache du weißt was. So. Ich würde mich so bei 1000 oder 2000 sehen. Also ich würde auch gern die 2 oder die 1. Ja. Oder die 3. Also 1 von denen 3. Gib mir die 5, Digga. Ich hasse es, wenn Menschen so sehr diskutieren und sagen. Nein, ich will das. Nein, ich will das. Nein, ich will das. Nein, ich will das. Ey, sorry. Aber sie hat doch so recht. Da geht es wirklich nur so um, wer hat das größte Ego. Dann nehme ich halt die 500, mein Gott. Das nervt mich. Es nervt mich wirklich. Mich auch. Ich finde das auch absolut unsympathisch so. Nein, ich bin 3000 Euro wert. Mit dem, was ich kann, was ich bin. Nein, darum geht es doch überhaupt nicht. Die sind richtige Geier drin. Richtige Geier. Ich nehme mich raus. Ihr könnt spielen. Wirklich? Ja. Ganz ehrlich, ne? Würde ich auch machen. Man weiß ja nie, was kommt. Da bin ich lieber, mache ich mir einen entspannten Zuhause. 7500. Willst du, Sandra, das nehmen? Okay. Nicola, 2000? Nico, denkst du, du kannst schwierige Fragen beantworten? Das sagt Mark minus Robin, ne? Der ja noch nicht mal leichte Fragen beantworten kann. Kannst du schwierige Fragen beantworten? Wir müssen halt davon ausgehen. Wir müssen jetzt wirklich von jeder Situation ausgehen. Es kann wirklich sein, es kommt durch Fragen spielen. Nico ist halt auch so ein Dulli so ein bisschen. Das sagt er. Ja. Der dachte, er kann Temptation Island austricksen mit dem toten Winkel. Der alle belügen wollte da, ne? Das sagt der. Der ist ein Dulli, der andere. Nein, der ist ja. Das ist brutal provokant. Und hat dann auch eben noch bewiesen bei diesem Spiel, dass er die Fragen nicht richtig beantworten kann. So, wo ist der Spiegel? Gib ihm einen. Wie naiv der ist. Also dem kannst du jetzt erzählen, keine Ahnung. Ich habe gestern gegen ein Krokodil gekämpft. Dann glaubt ihr das. Mann, aber vielleicht einfach, weil er dir glaubt, weil er eine gute Seele hat. Boah. Aber klar, wenn man so mit Leuten wie Mark minus Robin abhängt, dann kannst du ja nichts mehr glauben. Weil der lügt ja bei allem. Dir ins Gesicht. Obwohl über Kameras waren und Mikrofone. Sag mal, merkst du irgendwas noch? So, also. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Ich stelle dir jetzt eine Frage, Gustav. Wie war denn nochmal die Frage mit den Konsonanten? Hat er falsch beantwortet. Dann, sag mir mal das ABC. Das wäre doch eine gute Frage. Ist auch eine leichte. Könnte ja mal beweisen, was er kann. Nein, stattdessen führt er jetzt hier Nico vor vor allem. Frau Hans kauft fünf Brötchen. Frau Franz gibt drei ab. Frau Franz holt wieder zwei dabei. Herr Mertens kauft aber sieben und ist jetzt da mit vorne. Machen wir das Raum, wenn du sie schaust. Ich komm nicht mehr mit. Wie war das nochmal? Ah ja. Zwei in der Weihnachtsfeiertag. Und so was kommt. Carina löst das in Sekunden. Schwierig. Ich würde so machen. Ich mach einfach mal. Doch. Genau das würde ich machen. Sorry. Ganz ehrlich. Der wird hier nie eine richtige Hostume kriegen, wenn auch ein paar andere Leute mit im Rennen sind. Ich zum Beispiel sitze da mit seinen 5000 Euro stolz wie sonst was. Ey. Wie kann man sich so hart überschätzen? Ich check's nicht, Alter. Und vor allen Dingen, die gehen doch die ganze Zeit immer auf ihn auf zu, ne, mit dem Selbstwertgefühl. Die und Blau und Gloria ist so scheiße. Die sind doch kein Stück besser mit dem, was die da gerade abziehen mit dem. Ne. Hey, wie sagt Nico? 500. Ey, lasst mich raten. Ihr denkt auch, es geht um Kopf. Aber wie sagt du? 500 nur. Eine absolute Farce, dass Nico die 500 hat. Das hat mir richtig leid für ihn. Richtig. Süß. Also, mir tut's halt nicht leid, weil ich mir denke, es ist doch scheißegal. Aber alles, was da drumrum war, dieses Bloßstellen, diese blöde Frage von Gustav, die er selbst hätte nicht beantworten können. Muss man ja auch ehrlich sein. Und dieses, weiß ich nicht, bist du wirklich sicher? Du musst dich da jetzt wirklich einschätzen, ne, weil die Fragen könnten schwer sein. Das find ich so unnötig. Und verletzend auch. Stell dir mal vor, ihr werdet das so vorgeführt. Danke dafür. Aber es macht ja nichts aus, ist okay. Nein. Nein. Mach ein bisschen was aus. Ich seh doch, ihr macht ein bisschen was aus. Nein, aber... Ich hab gesehen. Ja, was hast du gesehen? Ja, dass es dir schon ein bisschen was ausmacht. Ja, aber ich hab keinen Bock, so in Gruppe zu diskutieren und zu sagen. So, 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 so. Aber es find ich auch schade, dass die dich unterschätzen. Bei mir ist auch... Ich hoffe, dass du richtig zeigst, wer besser ist. Hallo. Mhm. Ja? Dass alle denken scheiße. Okay? Hm. Also, ich find's super süß von ihr. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, noch mal mehr drauf aufmerksam machen. Von wegen, ey... Ach, ich weiß es nicht. Wisst ihr so, vielleicht hat er es auch gar nicht bemerkt und dachte so, scheiß drauf. Naja, gut. Er hat gesagt, er hat keinen Bock da in der Gruppe zu diskutieren. Hätte ich auch nicht, ne? Hätte ich auch nicht, weil ich mir auch denken würde, ja gut, wenn ich das dann wirklich nicht schaffe, wär schlecht. Also, es ist doch eigentlich viel geiler mit wenig rein zu starten. Wenn du wenig zu verlieren hast, finde ich, ist der Druck auch nicht so hoch. Blablabla. Also, allein schon psychisch gesehen, viel besser dieser Weg. Ich fühlst mich umarmt. Was? Oder nicht? Ich fühlst mich. Umarmen? Ja. Ja. Warum nicht? Die sind komisch. Ich hätte mir eine viel höhere Summe gegeben. Dein Spanns. Tschüss, aber irgendwie... Ich finde es voll scheiße, dass du so eine niedrige Summe hast. Aber warum muss man so viel Wert auf diese scheiß Summe geben, ne? Das verstehe ich nicht. Warum? Weil ich dir eine viel höhere Summe gegeben hätte. Ich hätte Michelle zum Beispiel auch eine viel höhere gegeben, aber mich fragt ja keiner. Da hatten wir noch einen kleinen süßen Moment miteinander. So, jetzt ist Schlafenszeit. Das ist jetzt auch nicht so wild, komm. Nein, das ist gut. Das hat nur kurz wehgetan, aber ist nicht schlimm. Genau. Ja. Steffi hat keinen Bock mehr auf sein Rumgeheule. Mal Lisa, will kuscheln? Ich will ein bisschen schnuffeln. Nein, nein, nein. Ach, nur eben das hier. Nein, nein, nein. Ach. Da. Nicht schnuffeln. Die will, sorry, nicht kuscheln. Die will schnuffeln. Warum? Das ist wieder zu viel. Ach, das ist wieder zu viel? Ja. Ja, gibt mir einen Kuss auf den Kopf aber. Ich wollte auch nur einen da kurz schnuffeln. Nein. Das ist wieder zu viel. Das ist nicht bockig. Und einfach auch nur ein bisschen gekrault werden. Nein. Kannst du mir nicht kurz kraulen? Nein. 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 Das ist doch nur kraulen. Das ist nicht nur kraulen. Oh, Fabio. Fabio hat wirklich absolut keinen Bock mehr da drauf. Gut. Muss man halt akzeptieren, ne? Genau. Ja, und wenn mich ein anderer kraul, dann ist es auch wieder scheiße. Kannst du machen. Ja, ja. Sagst du jetzt, kann ich machen. Ich würde einen kennen. Marc-Robin. Ah, nee. Der macht es ja nur, wenn es nicht in der Öffentlichkeit ist. Dann bist du gut genug. Aber wenn es dann irgendwie in der Öffentlichkeit steht, dann... Meinst du ja? Ach, nee. Die sind so... Die sind Trottel. Bei denen war jetzt auch ein bisschen Zärtlichkeit Sandra und Giuliano. Okay. Ich genieße das einfach gerade eben so. Ich genieße das einfach. So, jetzt nächster Morgen. Schwierig. Jeder hat seine Bedürfnisse. Und nicht nur Sex, auch irgendwie Zärtlichkeit, Nähe. Schwierig. Ja, ist schwierig. Aber kannst du bitte aufhören, Michelle anzufassen? Danke. Sehr schwierig. Tschüss. Also manchmal habe ich das Gefühl, die hat auch noch Bock, Michelle, ne? Dann kann ich aber wirklich auch nichts mehr dazu sagen. Ach, sollen die doch alle machen. Sind alle 3 x 7. Und so. Aber... Ach. Nee. Heute wäre nicht mein Tag, das weiß ich jetzt schon. Normalerweise müsste ich jetzt erst mal vögeln, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Die letzten paar Tage, Alter. Ich bin echt am Kämpfen, die Schürfste. Aber hart am Kämpfen. Ja, das habe ich doch auch das Problem. Ich weiß nicht, wohin. Wie wohin? Könnt ihr nicht? Nein, die müssen auf jeden Fall vögeln. Dafür. Das reicht nicht. Ja, also wir werden hart am Kämpfen, ehrlich. Hast du ja manchmal Bauchschmerzen deswegen, ne? Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Ah. Gibt jetzt aber auch keinen hier drin, die ich wegscheppern würde. Weißt du, was ich meine? Was sagst du denn dazu? Ich glaube, es gibt auch keine da drin, die dich wegscheppern würde. Weißt du, was ich meine? Das haben die alle nicht verdient, Dicke. Alles perfekte Mädchen. Rein optisch? Mhm. Doch. Ich find Sandra ist attraktiv. Deine Ex find ich attraktiv. Meine Ex find ich attraktiv. Fanny find ich auch attraktiv. Die Girls sind wirklich lecker Mädchen. Wer ist noch hier drin? Mal Lisa. Ja, nee. Nee, der findet ihn nicht mehr attraktiv. Da hat er schon oft genug reingehalten. Das reicht jetzt auch. Kannst du wie Müll einfach wegschmeißen, ne? Ich mag ja Gustav voll. Mal Lisa. Was soll das denn? Also bei Fabio versteh ich noch ihren Männergeschmack, ne? Aber dann geht's weiter. Marc minus Robin, ja? Niko okay. Ist auch noch gut. Aber dann, jetzt kommt die mit Gustav. Ich brauche heute Abend Psychologen. So, dass wenn du irgendwie zu einem Menschen eine sexuelle Anziehung hast oder irgendwie, wenn man sich so neckt so. Ja. Das hab ich ja gemerkt. Ich weiß auch, dass er das auch merkt. Das ist das gleiche wie mit Marc Robin. Er hat auch irgendwas, was mich einfach catcht und man kann nichts dagegen tun. Das ist einfach da. Ja gut. Man kann wirklich nichts dagegen tun. Ich nehm alles zurück. Tut mal leid. Du lügst atemberaubend gut. Naja. Auf gar keinen Fall. Nochmal. Naja, das wär auch nicht meins. Ja, natürlich wär's nicht deins, Gustav. Du hast ja schon gesagt, du findest keine im Haus attraktiv. Ne, aber, also das ist ja so lustig. Ich könnte ihn nicht mehr knallen, ne? Deine Ex, ne? Bah, also bitte. Ich könnte ihn nicht mehr knallen, ne. Warum? Sagt er das jetzt? Wieder, um Carina im Fernsehen zu erniedrigen. Sorry schon. Also meine Ex. Ja, das geht nicht mehr. Doch. Boah, ne. Mein Kopf wär viel zu viel drin. Weißt du, was ich meine? Echt? Ist ja doch gar nicht so lange getrennt, oder? Nur sechs Monate. Ja, okay. War nach zwei, drei, zweieinhalb, drei Wochen war ich überm Berg so. Ach, krass. Obwohl ich sie richtig gediebt hab. Richtig. Krass. Richtig krass. Ey, die spielen ja Temptation Island Song im Hintergrund ein. Dann dachte ich erst, das ist ein Hint. Machen Carina und Gustav bei Temptation Island mit. Aber kann ja nicht sein. Nächste Staffel kommt bald. Wir sind natürlich dabei. Aber die müssten ja bei VIP sein. Und VIP kommt ja erst wieder Ende des Jahres. Ey, stell mal vor, die sind dabei. Und wir haben es gar nicht mitbekommen. Aber für mich wäre das auch keine Alternative mehr. Ich könnte gar nicht mehr mit ihr zusammenkommen, weil ich wäre auch nie wieder bereit, zu ihr hinzuziehen. Weißt du, was ich meine? Sie wollte mich doch damals nicht. Warum dann so? Was ist das? Das wären so Dinger, wo ich drüber nachdenke. Ja. Versteh ich. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ne? Träum jetzt mal ein bisschen, ne? Bis vorne nicht so. Und ich sag dann, der Gustav, komm. Geh mal zusammen duschen. Mach mich mal weg. Ich zu dir? Das finde ich zum Beispiel mal schön. Wenn die beiden jetzt endlich mal. Ne, du zu mir. Nein. Sie, du zu mir sagst. Ja, genau. Sag, mach dich mal alleine weg. Echt? Auch wenn du in so einen Moment kommst, wo du denkst, boah, so ein Brauch. Guck mal, ich lüge dich nicht an. Ich schwöre und du weißt, ich stehe jetzt mal vor. Ja. Woher soll er das denn wissen? Er kennt dich eine Woche. Die hatte noch nie so guten wie mit mir. Frag sie. Nee, das hat ja mit dem einen und dem anderen nichts zu tun. Was soll das überhaupt? Genau. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wieso so eine unnötige Information hier wieder? Naja. Mich reizt der Körper nicht mehr. Hä? Mich reizt der Körper nicht mehr? Eben war es noch, ich kann meinen Kopf halt nicht ausschalten. Weil da ist zu viel passiert. Wo ich noch denke, okay. Das ist wirklich mal ein guter Grund, ja? Und jetzt kommt ja, mich reizt der Körper nicht mehr. Also jetzt. Warte. Tch. 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 und während sie springen, diesen Sack-Rappen. Und wenn sie das schaffen, dann haben sie diese Summe geshelft. Das trau ich mich. Geil. Michelle, du packst das. Du packst das. Du packst das. Ich finde es... Also, nein! Ich würde das nicht machen. Ich würde das nicht machen. Ich würde mir in die Hose scheißen. Ich habe so eine krasse Höhenangst. Ganz schlimm. Als ich mich mit Calvin getroffen habe. Als wir den Kuchen gebacken haben. Ein absolutes Highlight meines Lebens. Was ist los da? Ich will mal ein Angebot sehen. Haben wir darüber geredet. Er meinte auch so zu mir, ey, was würdest du... Warum machst du nicht mal bei einem Format mit? Blablabla. Der meinte dann, ich sollte mal bei Kampf der Reality-Stars mitmachen. Und ja, ich bin kein Reality-Star. Und es ist kein Problem, da haben schon andere YouTuber mitgemacht oder so. Das wird schon irgendwie funktionieren. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht denke, ich bin da wertig genug, in so einer Sendung mitzumachen. Ich würde doch nichts schaffen. Keine Challenge. Bei allem würde ich mir in die Hose scheißen. Genauso Kabel-Challenge. Hat mich Magneto auch schon ein paar Mal gefragt, ob wir uns nicht da gemeinsam bewerben wollen. Also, du würdest mit mir nur verlieren. Das ist halt Fakt. Herzlichen Glückwunsch. Uiuiui. Uiuiui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh meine Hände. Ja, Michelle ist die Erste. Sie hat ja die 500 Euro. Also geil, jetzt hättest du die 500 Euro, muss halt nicht so weit springen. Super. Oder wenn du es dich nicht traust, sind es ja auch wieder nur 500 Euro, die dann nicht gesaved werden. Mit 3000 Euro sieht das halt schon mal anders aus, wenn du da sagst, ich mach's nicht. Ich höre einfach auf zu denken, weil es bringt nichts. Der Druck ist auf jeden Fall sehr hoch. Jeder macht sich so ein bisschen selbst so einen Druck. Deswegen ist das sehr, sehr, sehr belastend. Michelle, du machst das. Ganz locker, Michelle, ganz locker. Leute, bitte redet nicht mit mir, okay? Scheiße. Riesengroße Scheiße. Also für sie ist es wirklich jetzt hammerhart darunter zu sprengen. Leute, das könnt ihr vergessen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so Angst hatte. Braust du dich, oder? Maschine. Das ist eine Maschine. Die hat total Angst und springt und reißt dann noch den 500 Euro Sack mit. Ich fühle stolz. Ich fühle ein geiles Gefühl. Von Empowerment. Und vielleicht spring ich ja doch mal darunter. Nee, das nehme ich zurück. Oh mein Gott, du bist so geil, Michelle. Du, Michelle, hast du dir den Sack gekrallt da? Sehr gut. Lisa, du, hä? Boah, ich piss mir gleich ein, Alter. Ich werde die 2000 nicht schaffen. Ich habe nicht so eine Sprungkraft. Ich bin ein fettes Stück Scheiße. Ich kann da nicht so weit springen. Ich bin so lustig. Ihr müsst halt mal wissen, ne? Ich weiß, Worte haben Macht. Und man sollte nie so über sich selbst reden. Aber wenn ich privat bin, mit meinen Freunden, dieser Satz könnte eins zu eins von mir kommen. Und deswegen finde ich es lustig. Ich finde es sehr lustig. Die hat ja Nikola auf den Arm tätowiert. Das wusste ich gar nicht. Krass. Ach, leck mich am Sack, Alter. Okay, ich springe. Ist weit, ne? Ich bin mal gespannt, ob sie das schafft. Also ich finde, jeder Sack sieht viel zu weit weg aus. Oh, Mann, Alter. Okay, ich kann die Runde erzählen. Ja. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Go! Fliegt! Nein! Fuck, das war so weit! Das war fast geschafft. Schade, das tut mir leid für sie. Das tut mir leid. Scheiße! Aber war gut, dass du gesprungen bist. Giuliano! Guter Typ. Okay, okay, okay. Fein, 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 fein. Alles gut, wir gucken uns später um sie. Wir müssen erst mal das Geld holen. Wir machen das schon. Süß, Jakob. Wenn das Geld verspielt wird, wird auch eventuell mein Gewinn verspielt. Und da hab ich natürlich auch nicht so viel Lust, wenn da jeder wie hin zu einem Kunster rumturnt und einen Euro nach dem anderen verballert. Ach komm. Malisa ist erstens klein, zweitens war das schon weit weg. Sie hat sich wenigstens getraut, ihr seid bitte nicht so hart. Könnt ihr vielleicht runterzählen? Ach, nächste ist Gloria. Die hat ja auch Schiss ohne Ende, ne? Vielleicht krieg ich's dann hin. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Hörer! Ja! Oh Mann. Ich freu mich so, ich kann echt heulen, wenn ich da so stolz bin auf die, dass sie sich das trauen und es dann auch noch schaffen. Guck mal, jetzt haben es Michelle und Gloria schon geschafft. Scheiß auf die 1000 Euro von Malisa. Ja! Ja! Gloria, geil! Huh! Guck, du guckst, du bist so geil! Hey, ich hol den Sack sicher so, also ich komm definitiv hin. Ja. Nächste Giuliano. Ach, scheiße! Einfach so, fly me, fly me to the moon. Der hat nicht mehr versucht, den Sack zu grapschen. Aber ich bin abgerutscht. Eigentlich wäre das auch wieder Zeit für einen neuen Schlagersong. Nein, ich beruhige mich jetzt erstmal. Leute, da ist was in der Mache. Da ist was in der Mache. Und ich glaube, das wird was Cooles. Also, apropos Giuliano und so, ne? Ba, ba, Sek, du, mein, Kind. Ich hab auch Orbe, Tag und Nacht davon. Ich liebe den Song. Ich hätte es auch eigentlich geschafft, aber, ja, wenn das Wörtchen wennen halt nicht mehr, ne? Ich wollte gerade sagen, ne? Schiebst den Arsch. Hey, Digga, hast du gestern gesoffen? Wo bist du hingesprungen, Junge? Ist halt so, ne? Erstmal einen reindrücken. Das will ich doch genauso machen, wenn es mein Kollege wäre. Wenn man sagt, ey, okay, ich traue mir das zu, dann musst du eigentlich auch liefern, ne? Jakob, du musst es holen. Das wäre so peinlich. Ich glaube an dich. Was denkt ihr? Ich glaube, Jakob holt das safe. Jakob. Ach man, war sein Nachname. Wie geil, dass Luciano eben gesagt hat. Sag mal, wie haben wir den eigentlich in dem anderen Video immer genannt? Jetzt nenne ich ihn ja immer Giuliano, aber wir hatten doch einen neuen Namen für den. Schreibt den mir bitte in die Kommentare, dann werde ich den wieder einführen. Aber der ist halt Fußballer, Ex-Fußballer, ne? Der wird wissen, wie man da jetzt lossprintet und so. Ich hab da große Hoffnung. Dieser Falken. Falkengeräusch noch im Hintergrund. Oder war es ein Eichelherr. Ich weiß es nicht. Aber easy. Ich glaube, der würde auch den nächsten schaffen. Der ist ja, der springt drei Meter am Schlaf. Das ist kein Problem. Oh, Digga, ich schwöre, ich hab einen Hoden verloren, safe. Einen Hoden? Du hast ja nur einen. Oder hat er zwei Säcke? Zwei Säcke? Also zwei Hoden, jeweils vier Eier. Cool. Wer weiß. Jetzt Steffi, ne? Wenn die das jetzt auch noch holt, ey, geil. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Auf! Das war leider sowas von daneben, aber sie ist auch gesprungen. Sie ist auch gesprungen. Und im Endeffekt, finde ich, hat sie sich da auch nicht überschätzt, weil sie ist eine sportliche, et cetera, ne? Und deswegen, da würde ich jetzt wirklich sagen, Ei drauf, klappen wir. Aber Steffi, du kannst nichts dafür, das schaffen einfach nur große Männer. Ja, also hat sie recht, ne? Oder vielleicht große Frauen, aber wahrscheinlich schon mal jemand, der groß ist und vielleicht auch jemand, der ein bisschen Erfahrung hat, wie man da am besten anläuft. Jakobs hat das halt geil gemacht, ne? Der hat erst kleine Schritte und dann größer und größer und dann kannst du auch viel weiter springen. Kannst du das ja auch nicht üben, so, ne? Aber ich finde, haben sie es gut gemacht, insgesamt. Doch, doch. Das war klar, das schaffen nur große Männer. Apropos, das schaffen nur große Männer. Wer ist denn groß? Wer ist denn 1,96 oder was? Ich habe keine Ahnung, wie groß der ist, aber er ist groß auf jeden Fall. Nico. Hat der nur 500 Euro? Also, im nächsten Spiel, wenn sein Team das Spiel spielt, ja. Wer hat da eigentlich nochmal die 7500? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich bin nicht so der Fan davon, dann immer direkt zu sagen, ah ja, komm, ist egal, wir haben es probiert und so, wir haben es probiert. Das ist irgendwie so die kleine Schwester von Scheißdorf, so ein bisschen, ne? Aber ich finde das, also ich bin da voll der Fan von. Voll der Fan, weil es ist jetzt passiert, man kann es nicht mehr ändern, period. Ach, ich bin kein Jammermensch, so, aber. Ich bin kein Jammermensch, so, das ist so ein Jammerlappen, also habe ich selten gesehen im Fernsehen. Bist du vielleicht? Ja, es wird wieder schlimmer. Das zieht natürlich total die Energie, die Tagesenergie, die Kraftenergie, die auf den Wunden, weil der Körper versucht das natürlich die ganze Zeit am Arbeiten, dass das heilt. Weißt du, wie es Frauen geht in ihrer Menstruation, ja? Ja, genau das. Das zieht auch total die Energie. Vielleicht ist da auch gerade eine in ihrer Menstruation, vielleicht ist es auch alles noch viel schlimmer als das, was du gerade mit deinem Arm durchmachst. Keiner weiß. Aber da wird sich keine Frau hinstellen und sagen, oh, ich bin gezeichnet, ich habe gerade so krass PMS oder was weiß ich. Mir geht so schlecht. Genau. Würde nie eine Frau machen. Sie ist die ganze Zeit am Kämpfen, das heißt, das Immunsystem ist angeschossen. Das heißt, du hast schon mal automatisch 30, 40 Prozent weniger Energie. Dazu hat er Studien gemacht, ja? Steffi denkt sich, glaube ich, auch noch halt einfach dein Maul. Hi, hey, hey, Doktor, how you doing? Good and yourself? Yes, I'm okay, you know. Yeah, this is, it was a lot of Aida tonight, the white cream came. Ah, the white cream. Das war hard. It's hard now, it's, 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 nice. That is okay, this is nice. Wollen wir Hauptschädte machen? Oder wollen wir irgendwie sowas machen? Als wäre ich irgendwie, zu pop-tom-fit. Du tust so, als könnte ich meinen Mund noch bewegen. Merkst du nicht, dass ich seit Tagen kein Wort mehr rauskriege? Und redest mit mir so, als wäre mit mir gar nichts gewesen? Und so, weißt du, so redest du mit mir so. Oh, Mann. Bist du? Ich hatte ja auch am Anfang so diesen richtigen Kampfgeist, den ich auch total toll fand und der mir auch imponiert hat und den fand ich auch richtig sexy. Aber wenn es irgendwie kompliziert wird oder dann nicht mehr so läuft, also dann ist selber jemand, der dann schon sagt, dann nicht mit mir, dann tschüss, ich bin weg, kein Problem. Schön. Die Arme. Wie es halt auch mit ihren Kindern war, ne? Also mit ihren gemeinsamen Kindern. Ich finde es einfach traurig, weil das einfach so ein Blender ist. So ein Antäuscher würde der eine hier von Fake Love, Make Love sagen. Make Love, Fake Love. Aber es ist einfach unsympathisch, es ist unsexy und es ist... ...heiße Luft und davon kann sich keiner irgendwas kaufen. So, ich bin verwundet, so, ich stehe hier mit meinem Mann, ich gebe alles, ich gebe alles, ey. Wenn du kein Mann bist oder kein Löwe in dieser heutigen Zeit, dann bist du raus. I was the boss here for the last week and the last days. Das erzählt ja gerade seinem Doktor, ne? Wie peinlich ist das? So I was the king here, the king of the village, the king of the house, the king of the villa, so... Und der Doktor so, and now? Why not anymore? I mean, your wound is absolutely fine. You can do everything. Every game you can play is no problem. Ähm, what was the reason? 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 Er ist jetzt nicht mehr möglich. Silver sucht öfter Gründe, warum etwas nicht klappt. Schatz, wir können nicht mehr gewinnen. Ich kann doch mit den Verletzungen nicht mehr an den Spielen von der Wittstein. So mit den Verletzungen hat er jetzt einen Grund und ja. Yes? Okay, er sagt, das ist alles gut. Ha! Alles ist gut, ihr blöd. Dann wollen wir eine neue Ausrede. Aber das hat ja keiner gesehen. Das hat ja auch Steffi nicht gesehen. Der kann nicht weiterhin erzählen, du, ich bin so verwundet. Wir müssen aufgeben. Und wir geben nicht auf, weil wir Verlierer sind, sondern weil ich absolut gezeichnet bin. Das bringt nichts. Also ich bin ja auch hier, um auch finanziell für meine Kinder auf eigenen Beinen zu stehen und jetzt, wo ich hier bin und jetzt die Competition annehme und hier auch jetzt nicht aufgeben möchte, finde ich es dann auch unfair, wenn er sagt so, und jetzt beenden wir das Ganze dann auch, weil ich jetzt eine Wunde habe. Total. Ich meine, sie ist ja auch nicht dahin, um mit ihm wieder auf Friede, Freude, Eierkuchen zu machen. Sie ist ja immer noch prominent getrennt. Also getrennt. Pokus getrennt. Und sie will da jetzt auch gewinnen. Und sie ist ja auch nicht schwach. Also sie kann es ja gewinnen. Sie hat ja voll den Elan mitgebracht im Gegensatz zu ihm. Also er hat ja auch noch einen am Tag eins, aber jetzt halt nicht mehr. Ich kann nicht mehr gewinnen. Ich kann nicht richtig bewegen und alles. Das muss heilen. Scheiß. Das war's. Aber schön mit euch. Ich bin selber enttäuscht und ich bin auch leicht emotional, aber ist das nicht mehr möglich. Das war's, Fabio. Der König. Eine Woche lang habe ich geherrscht. Da war ich der König im Haus. Jetzt kommen die Neuen. Jetzt kommt ihr. Jetzt müsst ihr übernehmen. Fabio ist einfach so geil. Was laberst du? Hä? Was laberst du? Und der hört einfach überhaupt nicht zu. Führt er seinen Monolog vom Königreich fort. Der lebt wirklich in einer ganz anderen Dimension. Du kannst der nächste König werden hier. Du kannst gewinnen. Nimm das. Hier ist kein Spiel von König. Das Spiel am Ende gehst du hier als König. Ja, ja. Als Julius Cäsar. Ist gut. Komm. Dann checkt er den auch noch so weg. Und Fabio so. Hilfe. Jetzt bin ich gezeichnet. Ich bin bewundet. Ich muss aufgeben. Ja, okay. Ja, kann ja denken, dass er auf dem Thron sitzt. Aber er sitzt auf keinem Thron. Das sind die Gesetze der Natur. Wie der da auch durch die Villa stolziert, ne? Als wäre der der absolute Babo. Ich kann mich totlachen. Die Gesetze sind ja so. Ist der Löwe angeschlagen, kommen die Jungen. Die Jungen Wilden. Und machen die neue Hierarchie unter sich aus. Du kannst das neue Spitze werden, die Glied. Ja. Mach das, Fabio. Ich bin echt sprachlos. Aber irgendwie wäre es auch schade, wenn der raus ist, weil der bringt hier so viel Bullshit mit. Das ist doch wirklich auch sehr entertaining. Hier ist halt eine schwierige Sichtweise, denn wir sind hier keine Monarchie. Wir vermuten halt, dass er halt jetzt sagt, okay, ich werde jetzt eh irgendwie hier mit einem Abstellgleis, weil ich jetzt mit ein paar Leuten Stress hatte. Ich verstehe nicht, dass er in den Pool gehen kann. Ich meine, er ist doch verwundet und so. Das Chlorwasser, das muss doch brennen wie Sau. Warum geht das? Ich bin jetzt überrascht. Also wenn es dir so schlecht geht, dass du wirklich alles abbrechen musst, dann kannst du auch nicht in den Pool. Dann lasse ich das so aussehen, als wenn es wegen der Blessuren gewesen ist. Ich glaube, er würde uns nicht verkraften, dass er rausfickt und nominiert wird aufgrund seines Charakters. Er will, dass es schön dargestellt wird. Absolut. Absolut, glaube ich auch. Und das war es heute mit der Folge. Wir gucken aber natürlich direkt rein, wie es hier weitergeht. Nächste Woche Abfälliges. Biss Messer, aber richtig. Ich mache die Tür auf. Fliegen, klumpf und Piss um Scheiße. Das macht mich so sauer, wenn er mich immer bloß stellt. Angst machendes. Ich helfe dir mit deinen scheiß Hot Banditos noch. Komm, jetzt fang nicht so an. Jetzt gehst du wieder. Du bist ein arrogantes Arschloch und haust wieder ab. So einmal Unterhalt bezahlt das letzte Jahr. Das ist jetzt wirklich zu masch. Das ist wirklich zu masch. Und Gewagtes Gesagtes bei der nächsten Nominierung. Nimm ihn nicht zurück. Das hat die doch jetzt nicht gesagt, oder? Ich muss dir das so sagen, wie es ist. Ich finde das geisteskrankt. Oh, Gloria. Scheiße. Das war für mich eine Beleidigung. Kannst du dich denn ausschieben? Du brauchst mir jetzt nicht anschreien. Alter, was ist mit dir? Wenn ich schreie, merkst du das schon. Ich stehe immer nur daneben und guckst. Weil du die Eier dazu nicht hast. Ja, boah, das wird hart. Habe ich Angst, habe ich Angst. Gefällt mir nicht so. Also natürlich gefällt mir die Vorschau. Aber es gefällt mir nicht so, was da passiert. Doch, gefällt mir auch. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Von Hü auf Hott. Ihr Süßen, wie fandet ihr? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Was soll das? Ich bin verwundet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wie immer. Bis dann. Haut rein. Peace up, Alter. Yeah, yeah. Leck mich am Sack, Alter.